Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei den Rum-Geschichten. Wieder mit dabei der Brilli und der Zwiebel. Moin, moin. Ahoi. Video. Und wir sind auf dem Weg zum Außenposten, um die nächste Mission anzunehmen in der Reihe. Und check Sparrow. Dann liegt man dem Wetter angepasst. Und du hast außerdem deine Stimme kackt gerade ab über den TS. Meine? Ne, die von Brilli. Achso. Ach, lüge mich. Die ist engelsgleich wie immer. Ja, genau. So, nehmen wir jetzt Mission 4 an, oder was? Sieht so aus. Also hörst du Brilli auch abgehackt, oder wenn du möchtest? Ein bisschen, ja. Ich bin nicht abgehackt. Doch, du bist extrem abgehackt. Da ist übrigens irgendwas vor dir, ne? So eine Walfischgerippe und so. Ist das wirklich ein Außenposten? Nicht sicher. Habt ihr den Anker gesetzt? Ja. Cool. Na, hier ist doch irgendwie es mit Dagger Tooth. Ich hab gern Byboard. Heißt es wohl schwimmen. Schauen wir mal, wo die gutste hier ist. Sicher, dass es etwas freundliches ist hier? Ach, da oben ist die Taverne. Hehehe. Ihr wisst wohl, ihr mich findet. Weißt du doch schon. Ach, da ist das Zelt. Das ist ja auch schon. Okay. Okay. Ein, zwei. Mahlzeit. Drei. Vier. 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 Dunkle Brüder. Prrrr. So, gib den Kompass her. Ihr bringt ihn mit. Dunkle Brüder. Malst du was? Jetzt malst du was, ja. Oh. Oh. Ja, Sea of the Dark. Ja, Sea of the Dark. Bap, bap. Buh. Oh, wir haben so ein schönes Schiff, ey. Ohne Witz. Davy Jones. Davy Jones. Der Davy. Ja, der Davy. Ja, der Davy Jones. Dieser richtiger Halunke. Äh, Maden. Mischig Brilli und das Essen. Ich merke der hier nicht. Wir sind nicht alleine. Was, du bist der Clown? Jack Sparrow. Da ist er. Mene. Ja. Kannst du hier? Wo bist du denn überhaupt? Ja, du hast es gerade auch auf dich geworfen. Nein, ich habe es absichtlich nicht auf dich geworfen. Mhm. Nee, wirklich. Ich habe es da hinten auf den Jackpot geworfen. abgeschmissen. Kannst du vielleicht noch ein paar Kanonenkugeln einpacken? Ja? Old Faithful Isle. Wieso fährst du weg von uns zu, Knaller? Das hier wäre dann dort. Zu dumm? Wir hören noch der Rollenzug. Was? Ja. Das haben wir noch nie getan. Doch, weil wir wieder einen Kompass kriegen von irgendeinem von den Vögeln. Oh, kein Kompass. Ich weiß ja, wo es hingeht. Ja, du weißt immer alles. In deinem Buch. Oh, guck mal. Sie hat sich verwandelt. Ist es jetzt? Ja. Toll. Wir müssen weit nach Norden, Leute. Ja, ja. Ja. Oh, das ist aber lieb von mir. Oh, okay. Mmh. Okay. Ich halte das jetzt. Ich halte die Ewa. Das ist aber doch so. Die Ewa sind schon längst du vertreibend. Da kommt der Pulli gefahren. Schlechtes Gewissen. Komm dran jetzt hier. Alter, mein Maul. Okay, Magnus Bay ist hier. Old Faithful Isle ist hier. Okay. Von der Old Faithful Isle müssen wir zur Korallenbord. Zwischen den beiden kleinen Inseln her, nach Norden. Okay, Leute, ich weiß, wo wir hinten sind. Sagt mal, seht ihr eigentlich noch diese Kugel fliegen, wenn ihr schießt? Oder haben sie die rausgepatcht? Ich hatte Stuben fliegen, aber keine Kugel fliegen. Jetzt ist es übrigens wieder hässlich. Da kann es ja aber vorher schöner und grün. Jetzt ist es wieder grün. Ja. Okay, wir kriegen keinen Kompass anscheinend diesmal. Nee, aber er steht hier an Deck. Ich weiß, wo es lang geht. Nee, aber sagt mal, seht ihr den Dings, den, wenn ihr schießt, die Kugel? Keine Ahnung. Hat man die früher immer gesehen? Ja, ja. Wallenbord. Old Faithful Isle. Jo, fahrt einfach weg. Smuggler's Bay. Du bist doch an Bord. Mann, ich bin nicht an Bord, du dummer Hund. Es fällt dir auch echt schwer, sich mal umzugucken, wie viele Namenstexte auf diesem Boot sind. Hier standen gerade wirklich zwei Leute. Ja, genau. Du und mir. Ja, es war Captain Jack Sparrow. Alter. Da kann ich bis drei zählen, echt. Hier war ein dritter Mann. Einfach ein scheiß Ding. Mein Gott, ey, echt. Was ist los? Und so hat studiert, weißt du? Also echt. Hier waren drei Leute, Alter. Das ist der. So. Da ist er doch. Nee, also wenn du geschossen hast früher, dann hast du die Kugel immer fliegen sehen und auch so abflachen sehen. Aber das ist nicht mehr drin anscheinend. Weiß nicht. Gucken, hier, Video-Einstellung. Nee, da warst du immer hin? Ja, du musst noch deutlich weiter nach Westen. Also Nordwesten, aber erst mal Richtung Meer. Aber ich hab's richtig markiert, ne? Ja, ja, du hast, ich glaube auch, vielleicht ein bisschen zu weit westlich, aber... Nee, da ist es sogar. Das ist auf der Karte eingezeichnet. Außerhalb der Karte. Mhm, jetzt mal gucken. Korallen, denkst du, oder was, ne? Ja, Korallenburg heißt es. Keine Ahnung. Oh, jetzt geradeaus. Ein bisschen noch westlich, aber nur ganz leicht. Drehen wir noch ein bisschen mehr nach Westen? Jetzt, wie will ich was... was geht? Was geht, was geht. Bist du ja wieder da? Jo. Drehen wir noch ein bisschen nach Westen? Geh doch. Nö, das Schiff steht. Ja, jetzt. Oh, okay. Und stopp. Geradeaus, geradeaus. Ja, das musst du hinhauen. Ja, ich... Na, komm, schau mit hoch, oder? Ach, Leute. Lasst aber vielleicht das Segel hier komplett runter, damit wir ein bisschen Speed kriegen. Der Wind kommt wie immer von vorne. Ja, ein Glück. Ja, andere ist uns besser. Da drüben ist noch irgendein Schiff. Was ist das denn für eins? Da andere Spieler? Das große Schiff da hinten. Eigentlich gibt's hier keine. Eigentlich gibt's hier keine. Eigentlich gibt's hier keine anderen Spieler. Wieso? Wir sind noch nicht in einem Dings drin. Doch, super. Im Piratenleben gibt's keine anderen Spieler. Okay. Aber es gibt wahrscheinlich normale Piratenschiffe, oder? Ja, wie denn, Jack? Wie? Ja. Kommt von der falschen Seite der Wind. Vielleicht muss man nicht immer straight fahren, weißt du? Wenn ich jetzt ein bisschen lenke, dann kriegen wir ja mehr Sprachwind. Ja, aber dann fahren wir gegen die Insel. So. Was denn? Viel zugemacht? Ja. Ich habe gerade eben einen Getränk geliefert bekommen. Sehr. Sehr nett. Fährst du gegen die Insel, mein Freund. Du musst schon doch... Nein, ich fahre nicht gegen die Insel. Wir fahren da geil durch. Fähren wir da geil durch. Ah, da passen wir nicht durch. Ah. Da passen wir nicht durch. Ja, sicher passen wir da durch. Okay, dann holt euch schon mal Bretter. Nein, da passen wir durch. Nein, da passen wir, glaube ich, nicht durch. Da passen wir nie im Leben, soll ich machen. Wenn, dann musst du weiter nach rechts machen. Und danach dann gleich nach links. Könnte auch sein, dass da eine Untiefe ist. Dazu hat er viel zu wenig Erfahrung. Weiter rechts, weiter rechts, da ist ein Strand, da ist ein Strand. Weiter rechts, weiter rechts, das ist links. Rechts. Ja, ich mach doch, das Schiff braucht ein bisschen. Und jetzt links, 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 links. Gottes Willen, ey. Links, linksiger. Links, linksiger. Maximal links. Jo, jetzt besser. So, haben wir noch den Wind ausgenutzt, Leute. Ja, total. Hier so ein schöner Swing-By hier. Mena, alles gut da unten? Hast du noch genug Bretter? Ich stehe mir nur. Boah, wie geil, wo er schliebt und oben steht und das Schiff hier ankommt. Ich sehe es aber nicht. Da hinten. Hab's. Du musst viel weiter nach rechts, oder? Keine Ahnung, wir sind gerade dabei, dein Malheur hier wegzumachen. Hier in your face. Das war Sack. Einfach geradeaus. Einfach geradeaus. Das ist kein Malheur. Keine Ahnung, malheur. Einfach holen wir einfach das Wasser immer in seine schmierige Fresse. Da hinten, das sieht doch schon aus wie irgendwas. Keine Ahnung, malheur. Ich bin nicht sicher, das Essen war sehr frisch. Was, die Nahrung war frisch? Ich bin mir jetzt sicher nicht sicher, ob die überhaupt noch frisch waren. Ach so. Nein, nicht spielverlassen. Keine Ahnung, malheur. Wollen wir hier nochmal gucken. Partikeleffekte. Guck mal, da, wo die Blitze runterkommen, da ist eine Insel. Land in Sicht. Land. Welche Blitze? Ganz leicht rechts von uns. Ich sehe keine Insel. Ach, du meinst dieses spitze Ding da, dieses Nadelteil da. Ja, da müssen wir, glaube ich, hin. Ich sehe keine Insel. Du musst ein bisschen rechts fahren, mein Freund. Rechtsiger. Also, wenn du das nicht siehst, da bist du aber echt blind auf dem Auge. Land. Mit Jack an deiner Seite hast du den Schlüssel, um zum Herz der Sorgen zu gelangen. Dein Leid ist nie ab hier mit Davy Jones. Bla. Ah, jetzt sehe ich. Da bla. Da bla. Das sieht jetzt aus. Okay, ich habe schon wieder das Gefühl, dass wir hier einen ziemlich harten Kampf vor uns haben. Hast du? Ja. Habe ich quasi einen Urin. Um die Freiheit, Piratenleppis zu wahren, muss den dunklen Brüdern Einhalt geboten werden. Klingt nach Kampf, ja. Ja. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Ey, vor allem, wenn du pfeifst, ne? Was? Dann ziehst du einfach nur... Pfeifst du dabei? Weiß ich nicht. Ne, dann sag nur so, ey. Ey, Jack, hau ab mit dich. Was, ey. Muss ich immer in den Vordergrund spielen? Ja, könnte dein Bruder sein. Oh, Schätze. Fast. Fast. Ja, doch. Schlecht. Krabbel doch mal die Kanone, Junge. Komm, krabbel doch mal die Kanone. Nee, ich hatte das doch perfekt eingestellt. Nee, hattest du nicht. Wir wären voll vorbeigefahren. Gut, lass mich mal fliegen. Oh, hast aber nicht so hoch geschossen. Ging. Junge, aber da ditscht... War Wellengang. Da ditscht man aber ordentlich durchs Wasser, ey. Mähne, du Raphael. Du musst ja hier rein, erst mal. Gibt es irgendwo Zugang? Ist doch da, wo wir jetzt hinfahren, oder nicht? Das würde ich nicht sagen. Das ist schon der Wellengang, ey. Mhm. Ich bin wieder da. Von Bord gegangen. Servus, Burschen. Ja, mene hat mich mal einer Kanone weggeschossen. Bisschen rechts. Oh, ist aber steufe Brise, du. Boah. Müssen die Wellen denn auch noch sein, ey? Hm. Das ist der Fette, ein Wagen ist rum. Geh da weg, ich seh nix. Halt's Maul. Du fährst da eh mal irgendwo gegen. Weiter links. Zeck hat sich das mal hingesetzt. Das ist langweilig. Ja. Wusch. Guck mal, da hängen wirklich so Korallen an dem Ding. Hä? Weiter rechts. Äh, links, sorry. Links. An den ganzen Insel gedings. Ja. Bleib mal so mittig jetzt mehr. Alter, hier kommen ja echt gute Wellen rein. Ja, ja, ja. Warum sind die hier noch? Oh, 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 fuck, fuck, weiter rechts. Oh, oh. Hello. Hello, Mr. Rock, how are you doing today? Would you mind not to fuck up on boat? Alter, Junge. Boah. Da ist ja seekrank. Fahr mal nach links. Ich kann überhaupt nichts mehr lenken, ey. Der macht nichts doch alleine hier. Ciao. Der Check ist von Bord gesprungen. Wieso? Wo ist er denn? Weitere nicht. Rexen. Lässt du gerade den Anker? Ja. Warum, Mene? Ja, weil ich es hier von Bord geht in die Höhle rein. Da ist der Check hingesprungen. Aha. Nun denn. Horido. Boah, hier ist ein krasses Buch. Du bist so eine Lügensau. Lach, das ist kaputt. Ja. Ne, so ein krasses Buch, Alter. Voll krass eingebunden, ey. So krass Buch, ey. Hab ich nie gesehen. Krasse Buch, ey. Ey, seid so ein Trottel, ey. Aber jetzt mal ernsthaft. Was für die Idee war das beste Projekt bis jetzt? Das Lustigste, was wir gespielt haben. Sea of Thieves. Lustigste? Ja. Oder das Beste? Beides. Lustigste? Habt ihr den Sound hier drin? Oh. Ne. Ach so, doch. Warte. Er unterstützt you. Wie ein schöneres Konzert haben wir noch nie gespielt. Vor allem im Dunkeln. Man sieht sich gegenseitig nicht. Das hat immer vorgelegt. Klar und deutlich. Was für ein Gamma hast du eigentlich gestellt? Von hier ist dunkel hier drin. Wollt sagen, das ist normal hier drin. Ja, hier ist voll dunkel hier drin. Als dunkler, aber als nicht dunkel. Also ich seh dich. Ich seh nur Silhouetten von euch. Wo müssen wir hin? Keine Ahnung. Im Buch steht nix weiter, oder? Nur dass wir auf die Korallen hinsehen sollen. Na dann. Irgendwas matscht hier immer so. Ich bleib hier ordentlich stecken mit meinem Cranen. Du singst mordlich ein. Ich würde sagen, wir gehen einmal hier rum, wa? Jo. Außen tobt auf jeden Fall ordentlich die C. Ja, ja, ja. Was? Hat sich noch nichts. Oder? Mene hat's? Nee, vielleicht auch nicht. Was do you have? Geht mal weiter. Hier kommt, glaube ich, jetzt gleich rum. Hier ist er. Doch. Wo bist denn du da hin? Hier ist ein Tor. Hier ist eine Tür, wo der Jack ist. Ich bin, wo wir rein sind, links gelaufen. Anstatt rechts noch mal. Und da ging's dann lang. Okay. Kannst du da kurz bleiben? Ich komm zu dir. Ja, ja. Ja, wartet. Der redet wieder ewig. Hier ist mal so ein Boot, was hier reingefahren ist. Oh, hier ist ein Buch. Er ist auf. Ah ja, er macht uns auf mit seinem Amulettchen. Hier ist ein mega krasses Buch gewesen. Ja, ja. Klar. Zwei Belobigungen gab das. Ja, mit Sicherheit. Hallo. Dieses Buch hat noch niemand gefunden außer mir. So, hier ist die erste Belobigung, oder? Ja. Warum rennst du wieder weg, Tybel? Naja, weil ich hier gucken wollte ums Eck rum. Da ist ein Schiffswrack, aber. Was für eine Belobigung? Wo? Wo seid ihr denn? Mene? Was für eine Belobigung. Mene. Meine. Der Prilly hat doch gerade rumgesponnen, Mann. Alter, ich muss hier voll... Ich muss hier voll durch die scheiß See schwimmen, Leute. Dann bist du falsch. Ja, ich bin einmal komplett auf die Insel hier rum. Jack, was machst denn du da? Gibt es sonst den Kompass? Nee. Nee, der zerhält sich das Amulett, um die Tür abzumachen. Jones assumes, dass ich tot bin und in der Rallye in Tinnasie verloren verloren habe. Oh, mega nervig. Also beim lustigsten Projekt... Ich glaube, da war The Forest auch nicht weit weg. The Forest? Aha. We'll have to swim for it, mate. So, go for it then. Oh, jetzt wird getaucht. Schön, leuchtet's wieder. Ja. Licht-Effekte haben sie raus, ne, was Microsoft? Mhm. Mhm. Du brauchst zu viel. Würde ich ja gerne. Reicht das YouTube-Money aber nicht für... Reicht nur für entweder saufen oder kippen. Da ich in meinem Leben noch nie an der Zigarette nur gezogen habe. Echt? Hier ist so ein Atem-Dings, ne? Janu? Geht da einfach durch den Stein durch. Der macht da jetzt auf. Ist so was passiert? Er hat den Stein aufgemacht. Aha. Also hier mit dem Geysir bestimmt hoch, oder? Ja. Ja. Willi, du bist ein Fuchs? Ja. Oh, scheiße. Und tschüss. Ah. Hm. Hat nicht geklappt. Hast du Sprungfuss? Aha. Up the ladder. Hier kommt nach, oder wie machen wir das? Ja, ja. Ist ja nicht jeder so sicher auf den Beinen, wie ich. Ja, Dickerchen kann. Wo müssen wir jetzt hin? Immer der Nase nach. Da ist so ein Wasserfall, und da sind dann so, ähm, dahinter so Pilze, oder wie man dazu sagt. Und da kann man dann genau jetzt die Leiter hoch. Naja. Und es gibt hier eine Rutschpartie. Leiter, Leiter, Leiter. Eine Rutschpartie. Übrigens lange Schule. Hey. Juhu. Wow. Oh, wie man sich da den... Ich schreibe panisch. Oh, fuck. Wie geil. Die Kammer der Sorgen. Harald Töpfer und die Kammer der Sorgen. Warum sind hier so komische Fässer drin? Sind das Minen, oder? Ja. Kanonenkugeln. Okay. Ach, Kanonenkugeln sind da drin? Mhm. Ah. Alter, das Schiff sieht immer richtig geil aus. Ich bin nicht ein Schwein. Du bist bloß neidisch, echt. Du bist auf die Leiter gekommen. F gedrückt. Krass, das ist süß. Ich weiß. Okay. Also hier gibt es viele Kanonenkugeln, würde ich mir behaupten. Ja. Das bespricht witzig zu werden. Aber hat das Spiel plötzlich auf Use Cannon gewechselt, obwohl sie nicht irgendwie in den Menü oder sonst wo war. Ja, das... Hier gibt es wieder so drei Zacke zum Kämpfen. Ah, okay. Wo bei dir oben? Vor allem ist es nur Use Cannon, danach ist es wieder Kanonenkugel-Laden. Ja, du findest da denn die Zeiten. Er hat sich den jetzt genommen. Was? Wen? Ein Dolch. Was ist denn ein Dolch? Hier steckt er ein Dolch. Oh, oh. Oh, geil. Das klingt ja geil. Das klingt ja geil. Was hast du getan? Ja, du? Ja, du musst den in die Fresse ballern. Geht nix. Also man kann mit den Kanonen auf jeden Fall diese Figuren da treffen. Ja. Aber mehr auch nicht, ne? Und mit jeder eine andere. Ah, was? Na, guck mal. Käpt'n Jones Kajüte. Hier ist ein Buch. Einzack der finsteren Gezeiten. Ja, ich kann die Orgel spielen. Und ich hab wieder so einen gummischen Stab. Spiel mal. Leute, hier liegt noch so ein Dreizack, ne? Wenn ihr wollt. Ich hab auch einen. Aber Mene, du musst doch was spielen, oder? Ja. Ja, jawohl. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ha. Bin ich mal der übelste Musiker? Ne. Hat sich bis jetzt ziemlich kacke angehört. Voll ich wieder da an der Orgel lehnt, ey. Habt ihr das Buch hier gelesen? Ja. Use Orgel. Hey, und du? Ich hab ein schönes Ding gespürt. Äh, hier passiert, glaub ich. Irgendwo komm im Gegend. Da oben, überall. Ne. Wo? Da. Da. Da, die motherfucker. Was ist denn mit den Stäben, oder was? Ja. Ach, ja, ja, ja. Da liegen doch ein Explosionsfässer, ne? Aus wo? Bei dem einen. Oh, da muss man mit Kanonen schießen. Oh, yeah. Das war ich. Das war toll, oder? Haben wir direkt gewonnen, Leute. Hä? Ja, danke. Ja, ja. Dein Stab ist kaputt. Man, den Kanonen fährst du da oben, oder? Wie oben? Ja, um Kanonenkugeln zu holen. Wo gibt's denn hier noch Kanonen? Okay. Hier kann der Gegner mehr. Von unten kann man aber nicht schießen. Er schießt ja die ganze Zeit auf dieselbe Stelle. Der Pony. Nein, du. Oh, nee, unten, der Zwiebel. Nein, nein, das ist der Jack. Da oben sind doch welche. Na ja, oben rechts. Na, Jackson schießt's auf jemanden. Ja, ja, ja. Bam, bam. Ja, und? Ich muss was essen. Ich hab nichts mehr zu essen. Oh, ich bin ein bisschen im Ass. Hat jemand eine Nachartekiste irgendwo gesehen? Hier, oben, wo die Kanonen sind. Ich fände ja mal so drum, oder? Sind ja welche. Das sind noch welche, ja. Hier unten, auf der unteren Etage stehen noch welche. Da ist ein Explosionsfass. Was? Was darf man? Du misst die Folge schon bei 31 Minuten, Leute. Oh, krass. Okay. Sollen wir den noch... Ja, ja, mach den noch. Okay. Muss man diese Krabbler da jetzt... Was verbrenne? Die Skelette? Was geht das denn? Ah, Leute, hier unten. Da müsst ihr noch was machen, glaub ich. Unten im Wasser ist noch einer. Unten im Wasser ist noch einer. Mit den Kanonen, glaub ich, nicht an. Oh, jetzt ist da was passiert. Der erste Figur läuft jetzt rot. Ja. Oh, 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 oh. Unter, unter Dings hier. Was ist da? Junge, Junge. Aua. Splett. Woher kommt das her? Von unten. Hier unten sind welche, ne? Ja. Oh, oh. Okay, das ist doch mal passiert. Mein Stab ist kaputt. Expero rennt hier rum. Jetzt stehen wieder welche gespawnt. Jetzt stehen wieder da drüben wieder welche, bei den, ja. Wir haben da so ein Schutzschild. Ja, ja. Neun, neun. Ich komme ja nicht bis rüber vom Winkel her. Du kannst aber auch mit den Kanonkugeln schießen, die hier unten sind, ne? Äh, mit den Kanonen. Keine Kanonkugeln, ja, Kacke. Ja, ich brauche auch. Wo an die gleich noch? Hier oben am Mast. Genau da, wo ich war. Oben ist noch einer. Nimm doch, Alter. Ich glaube, ich habe ihn. Ja. So, noch. Ja, andere Seite. Ah ja. Ja. Kokonut. Nehmen wir auch zwei. Ach, da oben. Oh, da sind schon wieder mehr hier. Oh, da unten noch. Oh Gott. Fröhlich, ganz links. Kommst du da ran mit deiner... Ne. Hier nicht. Alter Vater. Ich komme ja auch nicht ran. Wo sind sie denn jetzt? Hier ist noch einer. Er ist da unten. Jetzt kommen wohl wieder welche. Wow. An Bord ist einer? Ja, es sind mehrere an Bord. Ganz groß bei Krabben, Mann. An Bord tot. Ah, Elektronik. Wow. Okay, jetzt sind wir wieder überall. Komm mal, Hörlchen. Alter, was war das denn? Voll ins Herz. Ah, rechts und links sind es auch wieder. Ja, schieß mal auf den Typen da, der da eingebunden ist. Das ist noch ein bisschen. Ja. Oh. Oh, Ben. Hinten rechts. Genau über der einen roten figurischen Leuchte. Die stehen hinteneinander. Das führt der einen nach dem anderen. Aber jetzt trifft man den nicht, oder was, den einen Typen da? Ja, jetzt sind wir noch einer. Ja, aufdauen. Okay, wo sind noch welche? Ja, die kommen immer wieder. Oben links. Okay. Okay. Sicher, dass das so geht hier, dieses Level? Ja, ja. Auf der anderen Seite sind noch welche. Von diesen Figuren angespeichert. Da ist noch einer, genau. Juchli-uki. Zischen wie sie es sind. So, und wo seid ihr? Cool, jure. Cool, jure. Da ist schon wieder einer. B telelobigung. Kiegt gut aus. Kiegt gut aus. Oh, yeah. Symphonie der Sorgen. Hello. Ich habe es euch gemacht. Danke, Brilli. Ohne dekken hat er das natürlich auf jeden Fall auch geschafft. Was passiert jetzt? Wir werden hochgespült, oder? Die heulen jetzt mehr. Ach so. Oder? Aha. Yes, yes. Welche Tür? Welche Tür? Welche Tür? Warte mal, ist hier unten eine Tür? Nein. Captain. Da, als sich das Gebelli hier drin anhört. Ja. Da unten. Wollen wir erstmal Folge zu Ende machen? Hier blinkt auf jeden Fall was. Ja, lass mal Folge zu Ende machen. Kommt mal gerade unter Wasser. Ah ne, da ist nur ein Start. Okay. Wo bist denn du? Also hier ist so eine Leuchte, Uschi, aber die sagt wahrscheinlich bloß zurück zum Boot, ne? Bestimmt, ja. Machen wir erstmal eine neue Folge. Ja, wo bist denn du, Brilli? Ach, da oben an Deck. Das Schiff sieht schon cool aus, ey. Okay. Der hat auf jeden Fall gesagt, wir sollen von Deck runter gehen und dann... Ja, Mene, mach du jetzt erstmal zu Ende. Okay. So Leute, in der nächsten Folge seht ihr dann, wie wir eine Folge lang die Tür suchen. Bis dahin, viel Spaß. Tschö. 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 Tschö.